Ich sage immer, ey, ihr wart die krasse Stadt, wo ich je war. Es war viel zu wild. Ihr habt gerade euren Auftritt bei der CEO Pop hinter euch gebracht. Wie war's? Das ist geil. Ich bin super fertig, aber es war super geil. Ich fühle mich gut. Ein bisschen angetrunken, ich bin ehrlich, aber geil. Ihr habt auf der Bühne gesagt, Köln war besser als Berlin. Ich habe das nicht gesagt. Fake News, Fake News. Berlin. Scheiße. Berlin, ihr werdet gelogen. Ich habe das nicht gesagt. Tomizian hat das gesagt. Ich habe den größten Moshpitz meines Lebens gesehen. Und ich mache das so in jeder Stadt. Ich sage immer, ey, ihr wart die krasse Stadt, wo ich je war. Es war viel zu wild. Was ist das Letzte, das du machst, bevor du auf die Bühne gehst? Eine Ruppen. Ne, keine Ahnung. Ich gehe eigentlich noch mal kurz in mich, um dann den Laden abzureißen. Was ist eigentlich das Erste, was du machst, wenn du von der Bühne runtergehst? Entweder ein Rauchen oder Sektor. Eine Ruppen. Agu, wann eigentlich auftritt ohne Brille? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich habe die Brille immer auf. Ich setze sie nie ab. Es ist auch keine Maske oder so. Das verstehen die Leute immer falsch. Wann kommt neue Musik von Domizianer? Bei mir ist scheißegal. Bald.